Hallo, ich bin der Kero und ich mache heute ein Video für euch. Wieder eine Art Video, die selten kommen, vielleicht mehr oder weniger. Was soll's, heute geht es darum, dass ich ein Placement mache. Und zwar geht es in einem Foto Wasser. Ihr habt gehört, Wasser. Überall gibt es Wasser aus der Leitung, aus Flaschen, aus Flüssen, Regen, Schweiß, Badewanne. Ihr wisst Bescheid. Jedenfalls möchte ich euch näher bringen, wie man das nutzt oder beziehungsweise bekommt. Hierzu müsst ihr einfach zu einem Lieblingsregal gehen oder Schrank, was auch immer, wo ihr eure Gläser lagert. Da ist ja mein Lieblingsglas nicht dabei. Moment, das haben wir gleich. Ah, da bist du ja. Scheiße. So, nachdem ihr euer Glas habt, müsst ihr natürlich euer Glas in den Waschbecken stellen und, wichtig, eine Wasserflasche holen. Diese befindet sich natürlich hochprofessionell richtig geleiert vor der Haustür. Damit sie natürlich immer kühl bleibt und natürlich auch immer frisch. So, dann nehmt ihr eure Wasserflasche und dreht sie einmal auf. Kein Problem, easy piece mit einer Hand. Und kippt euch euer Wasser rein. Wichtig dabei ist, dass der erste Schluck oder die ersten zwei Schlücke immer daneben gehen. Ganz, ganz wichtig. Und dann dreht ihr natürlich die Flasche wieder zu für die richtige Lagerung. Und dann habt ihr hier euer Glas Wasser aus eurem Lieblingsglas. In dem Sinne, Prösterchen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ich verdiene kein Zahn mit diesem Video. Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal.